Kampai! Zum Wohl! Liebe Firma Akkuface, alles Gute zum 50-jährigen Jubiläum. Jawoll! Hallo, hier ist der Peter Spier von der Firma Schmitz, Heifer Video aus Koblenz. Heute gibt's was zu feiern. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, die Marke Akkuface wird 50 Jahre alt und zum Jubiläum gibt es jetzt das vierte Jubiläumsmodell, was auf den Markt kommt, und zwar der ganz neue AB Vollverstärker E5000. Und warum das wahrscheinlich das Gerät ist, weswegen im Vorfeld schon das größte Rumoren durch den Markt gegangen ist, seitdem ich die Marke Akkuface überhaupt kenne und betreue hier in Koblenz, das erfahren wir jetzt. Um zu erläutern, warum das so spannend ist, dass wir jetzt einen großen Class AB Vollverstärker haben in dem Akkuface Portfolio, muss man erstmal vielleicht vorne anfangen und erklären, warum gibt es denn Class A und AB Verstärker. Und das ist bei Akkuface schon immer so. Wir haben schon immer Class AB Vollverstärker, aktuell E280, E380, E480 und wir haben A Verstärker, Class A Verstärker, also 650 E800. Und jetzt ist es einfach so, der Unterschied, warum ist das eine ein Class A Verstärker und das andere ein Class AB Verstärker, die Bezeichnung kommt von den Endstufen. Also wie die Transistoren in der Endstufe verschaltet sind. Der Class A Verstärker hat zum Beispiel einen geringeren Wirkungsgrad. Wenn wir 100 Watt reingeben, kommt circa 30 Watt hinten noch am Musiksignal raus, der Rest verpufft in Wärme. Der Vorteil aber von dem Class A Verstärker ist, dass er einerseits verzerrungsfreier spielt und das ja so eine klanglich, so eine schöne, charmante Art hat. Er wird sehr luftig, er wird vollmundig und er ist sehr, sehr, sehr fein irgendwie, fein zeichnend, hat eine schöne, schöne Höhendarbietung. Ganz angenehmer Sound. Problem ist halt eben wie besprochen, schlechter Wirkungsgrad und dadurch haben wir insgesamt weniger Leistung. So, der Class AB Verstärker hat einen Wirkungsgrad von circa 70 Prozent. Das ist also schon viel, viel mehr, also mehr als das Doppelte und dadurch erreichen wir viel höhere Leistungen. Also ein 2,80er zum Beispiel. Der kleinste AB Vollverstärker hat schon 90 Watt an 8 Ohm und damit können wir also auch Wirkungsgrad ärmere Lautsprecher besser betreiben. Und klanglich, worin mündet das? Ja klar, wir spüren so ein bisschen mehr Dynamik vielleicht. Wir sind ein bisschen, wir haben den Lautsprecher vielleicht ein bisschen fester im Griff, weil wir immer noch Reserve bieten, wenn wir das passende Modell zum passenden Lautsprecher wählen. Und das alles mündet eben jetzt darin, dass es so besonders für uns ist, einen E5000 zu haben, weil der E5000 das erste Mal dafür sorgt, dass wir zu dem großen E800 ein Pendant haben, und zwar in der Class AB Technik. Das heißt für uns, wir können jetzt noch viel einfacher spielen und viel freier aussuchen mit den Kunden und den bestehenden Programmen und Lautsprechern, welchen Verstärker wir wann wählen. Und jetzt gehen wir mal näher darauf ein, was uns das Gerät alles bietet. Fangen wir mal außen an. Von der Optik her, klar, klassisches Champagner, also natürlich ein echter Akku-Face-Optik. Wir haben wie der E800 hinten die dicke Glasscheibe in der Front sitzen. Das sieht einfach unheimlich wertig aus. Also auch im Vergleich zu den kleineren Modellen gibt es ja eine Abstufung, es wirkt ein bisschen massiver. Was ich sehr, sehr spannend finde, es ist der erste Vollverstärker der Marke, der jetzt auch diese vergoldeten Ringe um die Eingangswahl und um die Lautstärkeregler hat. Finde ich persönlich sehr hübsch, ist aber natürlich eine Geschmackssache. Was anders ist als beim E800 einerseits, wir sind ein bisschen niedriger. Wir haben 2,8 cm geringere Höhe, aber die gleiche Tiefe. Also man sollte vorher schon messen, passt so ein Ding ins Regal, weil das ist schon größer als ein 480er oder so. Wir haben hier im Gegensatz zum E800 diese Optionslampen wieder unter dem großen Glas sitzen. Beim E800 hinten sieht man, dass diese Lampen aus dem Glas herausgesetzt wurden, unten drunter. Und hier ist das jetzt unterm Glas wieder drunter. Und was zeigen die an? Alle Optionen, die wir hier unter der schönen Klappe versteckt setzen können. So, welche sind das? Da gehen wir jetzt mal genau drauf ein. Schauen wir mal kurz drauf. Wir haben links die Lautsprecherwahl. A, B, also wir können zwei Paar Lautsprecher anschließen. Und A und B wäre jetzt für ein BeWiring sinnvoll oder für beide gleichzeitig laufen zu lassen. Und dann natürlich Off. Off ist immer dann cool, wenn wir ein Kopfhörer einstecken wollen und möchten, dass die Lautsprecher dabei nicht mitspielen. So, machen wir auf A. Dann haben wir Bass und Treble zum Einstellen. Und die beiden Regler sind nur im Signalweg, wenn ich den Tonknopf drücke. Und hier ist das mal, was ich meine. Also jetzt leuchtet oben Ton. Dann weiß ich, auch wenn die Klappe zu ist, okay, Ton ist aktiviert. Das heißt, es ist vielleicht nicht auf neutral gestellt. Muss ich dann mit leben. Mach ich zurück. Ton wieder weg. So, Lampe aus. Wir können hier drunter den, das ist wichtig natürlich, wir können hier drunter DAC und MCMM einstellen. Das ist dafür da, falls wir die Optionsplatinen drin haben. Da gehen wir aber nachher hinten nochmal drauf, wenn wir die Rückseite sehen. Hier können wir die Phasen invertieren und zwar immer passend pro Eingang. Genau. Dann können wir hier die Mono-Schaltung anwählen. Das ist immer wieder sinnvoll. Ich sage das jedes Mal in den Videos. Wenn ihr schon viele davon gesehen habt, sorry, aber mir ist das ganz wichtig. Mit der Mono-Taste können wir Lautsprecher ausrichten. Und dann können wir sagen, okay, wir drücken Mono. Dann haben wir ein Summsignal auf beiden Speakern. Das heißt, die sind gleich laut. Und wenn ich jetzt möchte, dass die Stimme plastisch in der Mitte ist und eine gewisse Größe hat, die mir vorschwebt, dann winkele ich die Lautsprecher so weit ein, bis es schön ist für mich und drücke dann wieder auf Stereo. Also negiere die Mono-Taste. Und dann habe ich meistens eine ganz, ganz tolle Bühne. So, Kompressor ist eine Lautnussfunktion. Und Display aus erklärt sich von selbst. Dann leuchten unsere wunderschönen VU-Meter nicht mehr. Auch eine Neuigkeit beim E5000 im Gegensatz zum E800. Wir haben beim E5000 wieder die klassischen VU-Meter. Und die fangen ja seit ein paar Modellen jetzt sogar bei minus 60 dB schon an zu schwingen. Früher ging es, glaube ich, bei 50 dB los. Das war ein bisschen langweiliger, wenn man leise gehört hat. Und jetzt bewegt sich das Ganze schon bei leisen Lautstärken. Ist natürlich nur ein Schönheitsthema, aber es sieht halt toll aus. Dann haben wir die Balance-Regelung. Also wir können links und rechts variieren. Dann haben wir hier Main-In. Das ist cool, immer wieder dann, wenn ich einen Surround-Receiver noch davor sitzen habe. Dann kann ich nämlich hier den Main-In-Eingang Balance, also symmetrisch oder asymmetrisch, sprich Chinch, anwählen. Und dann wird bei diesem einen Eingang, wenn das hinten angesteckt ist, die Lautstärken-Regelung des Akku-Face oben gegangen. Und ich habe, da waren wir wieder auf 50, wegen Tim-Jubiläum, und ich habe dann den Surround-Receiver so eingebunden, dass nur die Endstufen des Akku-Face für die Frontboxen genutzt werden, ohne dass ich umstecken muss. So, dann hier noch kurz der Rekorder. Klar, wenn ich noch Tapes rekorden möchte oder so, dann kann ich das nutzen, ansonsten bleibt er aus. Rechts sehen wir Attenuator. Das ist dann wichtig, das ist eine Art Muting-Schaltung. Das ist dann wichtig, wenn ich sage, zum Beispiel, klar, banal Telefon klingelt, aber auch, ich möchte die Schallblattenseite wechseln. Dann ist es cool, weil dann ist es leiser, dann habe ich dieses Ploppen nicht so, auch beim Auflegen der Nadel, das ist ein bisschen ruhiger. Rechts sehen wir den Lautstärkeregler, den wir kennen. Und das finde ich immer noch ist fantastisch, weil haptisch ist das Zeug einfach ein Traum. Auch der Input-Schalter, dieser magnetrasternde Eingangswahl, klingt schon schön und fühlt sich einfach gut an. Aber auch der Lautstärkeregler, der ist aus voll massivem Aluminium und ist schwingend gelagert, damit auch beim Drehen, wenn der Motor läuft, keinerlei Vibrationen aufs Chassis kommen. So, aber jetzt gehen wir mal kurz noch mal auf die Lautstärkeregelung, weil genau die ist ja eine der großen Besonderheiten bei den großen Verstärkermodellen von Akku-Face, die sich das Ganze so ein bisschen abgucken von den großen Vorstufen. Der E800 hat quasi damit angefangen. Wir haben eine ganz, ganz aufwendig gebaute, balanced AVA-Lautstärkeregelung. Und was macht die? Die ist im Prinzip dafür da, dass wir diesen, dieses Potentiometer hier, diesen Schleifkontakt, den wir hier so aufwendig gebaut haben und designt haben, gar nicht im Signalweg haben. Das heißt, der definiert uns nur, um wie viel das Eingangssignal verstärkt werden soll. Also wir regeln damit die Lautstärke, aber wir stellen damit nur die dahinter sitzende Lautstärkeregelung ein. Das ist super spannend, weil dadurch fällt uns ein wichtiger Punkt weg. Wir können nicht mehr altern. Also wir haben keinen Schleifkontakt, sprich hier kommt nie ein Kratzen rein oder uns fällt kein Kanal aus, sondern das Ganze basiert hinten dran auf Bauteilen, die ganz, ganz geringe Toleranzen aufweisen. Also wir schaffen eine super genaue, einen super genauen Gleichlauf. Also rechts und links sind super identisch, ganz exakt. Es ist immer genau reproduzierbar. Wenn im Display 60 steht, dann haben wir auch die gleiche Lautstärke beim nächsten Mal. Und was ganz, ganz toll ist, wir haben kein, kein Schwimmen der Bühne. Also wenn wir laut hören oder wenn wir leise hören, ändert sich nichts daran, wo genau der Musiker im Raum positioniert ist. Und das ist ganz toll und eine Eigenart, die er sich also von dem E800 abgeguckt hat. Wie sich das dann klanglich aber auswirkt, darauf gehen wir gleich nochmal ein, weil da gibt es natürlich schon große Unterschiede. Ich würde sagen, wir gucken uns mal zuerst noch die Rückseite an. Und zwar natürlich, was fällt ins Auge, diese ultramassiven Lautsprecheranschlüsse. Und vielleicht haben die jetzt mehr Daseinsberechtigung als jemals zuvor, weil wir haben jetzt allen Ernstes 240 Watt an 8 Ohm. Also wenn wir das nochmal uns auf der Zunge zergehen lassen, wir haben bei einem 480er 180 Watt an 8 Ohm, also an 8 schon, das schon abgefahren. Und das mit einer richtig, richtig stabilen Stromzufuhr. Also wir können die auch nutzen, man muss das natürlich nicht, man stirbt dann wahrscheinlich Tode, aber man könnte. Sprich, Dynamik und Reserven sind gesetzt. Wir haben einen Dämpfungsfaktor, also der Innenwiderstand der Endstufe, zur Last hintendran, das Verhältnis, bezogen auf 8 Ohm, haben wir einen Faktor von 1000. Also wir haben, wie beim E800, wie bei der P7300, großen AB Endstufe, einen super, super großen Dämpfungsfaktor. Sprich, wir haben Lautsprecher ganz, ganz fest im Griff, wenn es um den Bast geht und um die Wechselwirkung zwischen dem Chassis und dem Verstärker. Sehr, sehr cool. Dann können wir natürlich weiterhin aufschrauben, also Lautsprecherlitzen rein oder Kabelschuhe oder wir können Bananas reinstecken. So, dann gehen wir mal hier, fangen wir mal hier an. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Auf der Vorderseite. Wir haben nämlich zwei Optionsplatinen. Das hat ja mittlerweile jeder Akku-Phase-Vollverstärker, also angefangen sogar beim 280er. Wir können also integrieren. Entweder wir erweitern das Ganze um einen weiteren Line-Eingang, um noch mehr Eingänge zu haben oder wir stecken eine AD50 rein. Das ist ein Phono-Modul von Akku-Phase, ein MM&MC-Phono-Vorverstärker. Ein sehr, sehr hochwertiger und MM&MC kann ich eben vorne auf der Front auch umschalten. Dann könnte ich in Option 2 zum Beispiel die aktuelle DAX60 reinschieben, also eine Digital-Analog-Converter. Also ein ganz, ganz hochwertiger Wandler, der sowohl DSD als auch PCM, also FLAC, bis sehr, sehr hoch wandeln kann. Also das ist sehr, sehr spannend, weil die auch klanglich beide Optionsplatinen klanglich einfach unheimlich hochwertig sind und ganz, ganz toll davon profitieren können, dass hier drin so ein hochwertiges Netzteil sitzt und die Spannungsversorgung dann einfach von dem hochwertigen Netzteil ordentlich übernommen wird für diese Einschubsplatinen. Hier sehen wir ganz viele Cinch-Eingänge, also asymmetrische Eingänge. Wir haben 5 an der Zahl, dann haben wir noch einen Recorder-Eingang und wir haben hier einen Pre-Out und den Main-In, den wir vorne schon mal besprochen haben. Also Pre-Out wäre für eine externe Endstufe, wenn wir den E5000 irgendwann mal im B-Amping-Modus zum Beispiel betreiben wollten und würden noch eine Endstufe hinten dran setzen für den Bassbereich oder für den Hochtrum der Lautsprecher. Main-In hatten wir vorne schon mal besprochen. Dann haben wir hier zwei symmetrische Eingänge, also XLR-Eingänge. Das ist also einer weniger als der E800 hat. Wenn man also jetzt unbedingt drei Geräte mit XLR-Eingängen nutzen möchte, dann würden wir vielleicht zum E800 greifen. Dann haben wir hier den XLR-Pre-Out und den XLR-Main-In. Stromanschluss und dann ist die Rückseite im Prinzip besprochen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf den Klang. Klang. Tja, also wir haben natürlich im Vorfeld intensiv hören können und wir durften natürlich den E800 mal in Ruhe neben den 5000er stellen und das Ganze mal auf Herz und Nieren testen. Ganz spannend, weil total unterschiedlich. Also wie vorherzusehen war irgendwie, wir haben jetzt einen ganz großen AB und einen ganz großen Glas-A-Verstärker. Ich würde sagen, vom Start weg ist es klar, ist der 5000er cooler, weil witzigerweise braucht der, also so ist mein Eindruck jetzt, nach den ersten Stunden irgendwie gar keine Vorlaufzeit. Das Ding macht direkt Spaß. Sicherlich wird er wie alles bei Akku-Verhältnissen irgendwie ein bisschen schöner, wenn er länger läuft, aber der ist direkt, also angemacht, traumhaft gut. Also traumhaft spritzig, sehr, 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 sehr kräftig, eben auch bei sehr hohen Lautstärken, hat den Speaker super unter Kontrolle, ist auf jeden Fall auf der warmen Seite und das unterscheidet ihn jetzt eben zum E800, dieses Einschaltverhalten. Also ein E800 ist unterm Strich, wenn wir jetzt länger hören, noch luftiger, der macht die Bühne noch breiter. Wir sind nicht, also wir werden schon noch klarer und wir werden durchhörbarer, aber wir haben untenrum nicht so den Punch wie ein 5000er und das ist jetzt wirklich wieder so ein Verhältnisding, also welchen Verstärker zu welchem Speaker wir wählen. Aber ein E800 beim Einschalten ist halt noch ein bisschen heller als ein 5000er, der wird schöner, wenn er so die erste halbe Stunde hinter sich hat. Und das ist jetzt so für mich erstmal ein Unterschied der 5000er, der ist vom Start weg einfach sehr spannend. Ansonsten, wie gesagt, wir haben viel gehört auch mit verschiedenen Lautsprechern. Wenn wir jetzt Lautsprecher nehmen, die halt einen schlechteren Wirkungsgrad haben oder Lautsprecher, die generell ein bisschen heller spielen, dann ist ein E5000 sicherlich eine super, super spannende Wahl. Und auf der anderen Seite ein E800 ist von der Bühnendarstellung noch spannender. Also man muss das wirklich vergleichen und das Schöne ist jetzt unterm Strich einfach, dass uns Akkufest das jetzt eben auch anbietet. Wir haben zwei Topmodelle und können jetzt wirklich aus dem Regal greifen und gucken, was passt jetzt an welcher Stelle. Und deswegen hiermit meine herzliche Einladung, wenn ihr Lust habt, das Ganze mal zu erleben. Hier in Koblenz kommt gerne vorbei auf einen guten Kaffee, auf ein Gespräch oder ruft uns an. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit, viel Spaß beim Musikhören. Ciao, ciao. Schmitz HiFi aus Liebe zur Musik